Die Haustür war zweimal abgeschlossen, nach wie vor nix, aber hinten an der Terrassentür. Wieder ein Einbruch durch die Terrassentür. Die Kommissare verschaffen sich einen Überblick. Die Haustür zweimal abgeschlossen, gut gemeint, doch unwirksam, wenn der Rest der Wohnung nicht gesichert ist. Ist auch leichter Abrieb festzustellen. Ein paar Hebelmarken und Farbspuren sind erkennbar. Vermutlich haben die Täter die Terrassentür in Sekunden geknackt. Das ist wirklich passiert, muss ich sagen, das habe ich immer von mir geschaut. Haben Sie es denn hier extra abgesichert eigentlich? Oder sich mal zumindest mal Gedanken darum, was zu tun? Nein, das haben wir nicht. Und dann haben wir Rollläden halt. Halt nicht runtergelassen. Aber nicht um vier Uhr lassen wir sie halt nicht runter. Man kann sie jetzt praktisch mit der Dunkelheit, wir haben ja eine Automatik da. Wir haben auch ansonsten immer, wenn wir weg sind, Licht an und aus, solche Sachen machen wir. Wenn wir in Urlaub sind, dann machen wir schon so ein Wochenende weg. Dann haben wir den Rollladen rauf und runter. Aber nicht, wenn ich gerade mal zwei Stunden wegfahre. Die Terrasse des Hauses liegt im Dunkeln, ist kaum einsehbar. Von hier sind die Einbrecher gekommen. Auf der Flucht haben die Täter einige Beutestücke weggeworfen oder verloren. Kommissar Ulrich Verhofen hat die Umgebung abgesucht und ein Ledermäppchen auf dem Rasen gefunden. Dein Häppchen? Dein Häppchen auf jeden Fall, aber es ist natürlich nicht das Wesentliche, was da drin ist. Das ist auch leer, ja? Das weiß ich gar nicht. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Der Kommissar sieht es sofort. Ich würde sagen, ziemlich leer. Oh ja. Ziemlich leer. Ach. Ja, du hast gewusst. Ach, der Mäppchen rein. Fast alles an Schmuck ist gestohlen. Aber eine Perle haben wir gerettet. Ja. Ein Perlchen. Ja, das ist jetzt ausgerechnet Modeschmuck. Nur ein Rest Modeschmuck und ein kleines Andenken. Das ist ein Andenken, okay, das wollte er auch nicht haben. In aller Regel suchen die Täter Bargeld und Schmuck, schnelle Beute eben. Da haben wir ja doch noch Zeit gehabt, sich das anzugucken, nein? Und trotzdem müssen wir morgen am Tag, am Tag, am Tag, bei Tageslicht nochmal gucken. Den Weg zum Gartentürchen hinten einfach nochmal abgehen und dann einfach mal sehen, ob vielleicht doch noch das eine oder andere entsorgt wurde. Ja. Was vielleicht für denjenigen dann keinen Wert hat, aber für sie individuellen Wert hat. Absolute Sicherheit für Haus oder Wohnung. Die Experten sind da skeptisch. Sie demonstrieren die Schwachstelle einer Tür, die zu den besseren Modellen gehört, als recht sicher gilt. Die Tür selbst ist schon eine der besten Türen, die wir am Markt finden können, von der Einbruchshemmung her. Die Falle bleibt unter Federn. Ja. Der Riegel ist fest und diese Riegel greifen verkrallend hinter die Schließbleche am Rahmen ein. Das heißt also, das Schließblech sitzt praktisch hier dahinter, wie mein Finger jetzt. Hebeln ausgeschlossen. Alle Schließzlinder, die nur diese gezackten Schlüssel haben, sind nach meiner Meinung unsicher. Warum? Weil wir mit der Nadel hier auf die Stifte treffen, die Stifte können hüpfen und somit können wir auch aufsperren. An diesem Modell zeigen sie, wie die Stifte funktionieren und wie man sie manipuliert. Wir kommen von außen mit dem Werkzeug statt dem Schlüssel in den Schlüsselkanal hinein und durch diese Vibration des Werkzeuges schlägt das Werkzeug auf diese Stifte. Es ist ein ganz normaler Standard-Schließzlinder, ohne besondere zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Schwachstelle Türschloss. Mit dem Spezialwerkzeug ist auch diese Sicherheitstür in wenigen Sekunden geöffnet, trotz doppelter Verriegelung. Wer viel Geld investiert, kann so ein Schloss installieren. Kein Spaß für Einbrecher. Der kann sich nicht aufs Objekt einstellen, er kann nicht das entsprechende Werkzeug mitbringen, weil er nicht weiß, was verbirgt sich dahinter. Da geht er meistens eine Tür weiter, wenn er so etwas sieht. Wir öffnen mit einem Schlüssel diesen Beschlag, das sind Teleskopstifte, die sind sehr schwer zu manipulieren. Das ist ein Stift im Stiftsystem. Hier mit diesem Schlüssel öffne ich den Beschlag, dann komme ich erstmal an den Schließzlinder. Der hat wiederum Teleskopstifte, man kann das schön erkennen vielleicht in einer Aufnahme. Wir sehen dort Stift im Stift. Es ist fast unmöglich, diese beiden Stifte in eine Position zu bringen und wir haben vier von diesen Stiften in dem System. Hier können wir jetzt schließen und hier öffnet sich jetzt die Tür und wir sehen, die hat auch diese Mehrfachvorriegelung, genau wie die vorhergehende. Aber es ist genauso, als ob Sie eine goldene Taschenuhr am Twirmsfaden an der Hose tragen. Hier für uns Dreh- und Angelpunkt ist immer der Schließzylinder. Über den Schließzylinder kommen wir ins Objekt. Das ist die schwächste Stelle im System. Heute Abend herrscht Hochbetrieb. Der sechste Alarm innerhalb von drei Stunden. Diesmal ein Reihenhaus im Düsseldorfer Norden. Nur hier drin habe ich das halt immer steckt, hier bei meinen ganzen Unterlagen. Das war zu, das war zu und es lag halt dieses ganze Zeug hier so verstreut. Das hat mich als erstes stutzig gemacht. Ich dachte aber erst, er hätte was gesucht. Die 150 Euro Haushaltsgeld aus der Küchenschublade sind weg. Die Kommissare machen sich auf den Weg nach oben ins Schlafzimmer. Auch dort haben die Täter nach schneller Beute gesucht. Offenbar hatten sie dabei weniger Glück. Ja, die üblichen Stellen, wo die Beuteerwartung ist. Ich sag mal, wenn man abends ins Bett geht, legt man eventuell im Bereich der Nachttische etwas ab. Im Badezimmer, klar ist immer, irgendwo Schmuck zu erwarten. Und von daher genau an den Stellen gesucht, wo ich am schnellsten fündig werde. Also die Hustenwasser machen. Sehr wahrscheinlich Profis. Das sehen sie auch an den Hebelmarken. Gezielt angesetzt, Schlossgeknackt. Wieder ein Einbruch durch die Terrassentür auf der dunklen Hinterseite des Hauses. Gut möglich, dass es Serieneinbrecher waren. Aber warum? Achso, als wir kamen, war die auch. Aufgebrochen. Die waren dann zugeschoben oder standen die jetzt so auf? Nee, die waren so zugeschoben, aber eben, wie es eben ist. Also nochmal so, ich denke, die sind hier raus. Haben Sie das entdeckt oder wie ist das denn passiert? Nee, mein Mann hat das gesehen. Also ich habe nur entdeckt, dass da hinten in der Küche voll das Chaos war. Es waren so Papiere und dann hatte ich schon gedacht, warum hat der das gemacht? Was hat er denn gesucht? Krankenkassenkarte oder so. Und dann dachte ich so, nee, das Geld ist aber auch weg. Und dann ist mir das erst klar geworden, dass es vielleicht fast hier passiert. Bargeld geklaut, ja? Ja, nicht viel, aber... Stand der Hebel denn jetzt so nach oben oder war der Hebel... Nee, das weiß ich jetzt nicht. Klaus Stegemann fragt nach. War der Hebel nach unten gedrückt, also offen, zahlt nämlich keine Versicherung. Der Stand so. Der Hebel oben, die Schiebetür mit Gewalt aufgehebelt. Und wie war das für Sie, ob Sie es dann realisiert haben, dass das hier jemand Fremdes im Haus war? Nicht schön. Also erst mal so ein bisschen Ungläubigkeit. Aber andererseits wurden wir ja hier auch ein bisschen abgeschieden und das ist eigentlich hier so schlecht einsehbar. Also es hat mich jetzt nicht so ganz verwundert, aber andererseits... Haben Sie mit gerechnet, also ja? Ich habe immer mal damit gerechnet, dass es hier eingebrochen ist. Bei meinen Eltern ist es auch schon eingebrochen, überall. Und ja, ich weiß es nicht. Also es ist halt einfach hier, wenn es sehr dunkel ist, dann sieht man zwar nach draußen, aber man kann in die einzelnen Gärten nicht so richtig reinschauen. Also von daher nur richtig schützen, wüsste ich jetzt auch nicht. Klaus Stegemann weiß Rat. Eine ganz einfache Geschichte, wenn Sie sich im Baumarkt, ich sage mal einen Holzbalken oder eine Metallschiene besorgen, die zwischen hier und der Wand, die Sie reinlegen können, dann können Sie nämlich die Schiebetür nicht mehr aufschieben. Das heißt, derjenige kommt nicht mehr rein. Und die zweite Sache ist die, dass Sie dann vielleicht doch versuchen, irgendwo recht hoch, sodass man das bodenläufig nicht erreichen kann, mit Licht arbeiten. Das heißt dann den Garten mit Bewegungsmelder hell ausleuchten. Das hat den Vorteil, wenn Sie hier im hellen Raum sind, jetzt würde jemand sich von hinten in den Garten mehr, dann geht es nicht an. Ja, das machen wir jetzt natürlich, klar. Aber wie gesagt, das wäre eine ganz einfache Geschichte, da was zwischenzulegen. Ja, klar. Das mit, ne, recht wenig finanziellem Aufwand. Ja, wie gesagt, ich bin nicht auch immer zu Hause oder wir machen abends direkt hier die Rollladen runter. Nur wenn ich arbeiten bin, dann geht das natürlich nicht, ne. Ja, ne, klar. Und dann sind die auch erst wahrscheinlich im Dunkeln gekommen, ne. Ja, und oft ist es dann auch so, dass es solche Sachen einen erst interessieren, wenn das Kind sozusagen im Brunnen gefallen ist und man geschädigt ist. Es ist ein mühsames Geschäft. Nur etwa jeder sechste Wohnungseinbruch in Deutschland wird letztlich aufgeklärt. Doch davon dürfen sich die Kommissare nicht entmutigen lassen. Eine lange Nacht steht noch an. Schon bald wird ihr Telefon wieder klingeln.